so diamond dicker schube 416 damit 56 spielzeuge na gut dann wollen wir mal probieren es nervig die mucke so 24 züge dann haben wir eine bombe ok also müssen wir wahrscheinlich erst mal sammeln so noch eins sehr schön noch ist sehr simpel na hier ist genau der gleiche schimmer gefällt mir ich denke mal die kriegen wir hin jetzt müssen wir zweimal machen ok koffer kriegen wir hin naja da sind schon wieder steine ok war wahrscheinlich auch zweimal bringt man ja sehr viel die bomba haben wir schade sehr schön aber gerade so witzig witzig tralalala schaub ich natürlich nicht könnte die schaufel da oben nehmen aber ob das bringt gut haben wir mal eine schaufel benutzt mein gott was soll's eh mal kann ich es mir auch erlauben dann würde ich sagen sehen wir uns auf jeden fall in der nächsten sauberen spritzigen runde wieder also haut da rein bis dann